Hi, ich bin Marco von iDog. In diesem Video zeige ich dir, wie du bei deinem iPhone den Lightning-Connector selber austauschen kannst. Die Reparatur ist schwierig, da einige Teile verklebt sind und du viele verschiedene Schrauben lösen musst. Du solltest etwa 60 bis 90 Minuten dafür einplanen. Folgende Werkzeuge empfehlen wir dir hierfür. Einen Y-Type, einen Pentalobe und einen Philips-Schraubendreher. Ein Hartplastik-Plektrum, eine ESD-Pinzette, einen Stahlspatel, einen Plastik-Spudger und einen Saugnapf. Außerdem benötigst du einen Heißluftfön oder alternativ einen Hartrockner, um stark verklebte Teile lösen zu können. Das Ersatzteil findest du unten in der Infobox verlinkt und das wichtigste Werkzeug findest du in unserem Reparaturset. Auf unserer Internetseite idoc.eu findest du diese Anleitung mit detaillierten Fotos und Videos für jeden einzelnen Schritt. Wenn ihr Fragen habt, nutzt einfach die Kommentarfunktion. Und jetzt viel Spaß bei der Reparatur. Bevor du mit der Reparatur beginnst, solltest du dir alle notwendigen Werkzeuge parat legen. Achte auch auf eine saubere Unterlage, damit kein Schmutz ins Innere gelangt und du keine Kratzer im iPhone hast. Zu Beginn der Reparatur solltest du dein iPhone ausschalten, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Dann kannst du die Pentalob-Schrauben entfernen. Das Display ist stark verklebt. Um den Displaykleber zu lösen, benutze am besten einen Heißluftfön oder einen Hartrockner. Der Kleber befindet sich am Rand des Displays. Durch das Erwärmen kannst du das Display leichter lösen. Nehme dir jetzt den Saugnapf zur Hand und setze ihn auf dem Display oberhalb vom Homebutton an. Ziehe nun am Saugnapf und drücke dabei gleichzeitig mit dem Plektrum in den Spalt zwischen Display und Rahmen. Sobald du das Plektrum zwischen Glas und Backcover-Rand platzieren konntest, kannst du nun mit dem Plektrum einmal um den Rahmen herumfahren. Damit löst sich der Displaykleber nach und nach. Achte darauf, dass du das Plektrum beim Lösen des Displayklebers nicht zu weit ins Gerät einsteckst. Sei dabei besonders vorsichtig. Du könntest sonst die Displayanschlusskabel beschädigen. Ist das Display deines iPhones stark gesplittert, empfiehlt es sich mit Klebeband zu arbeiten. Hierzu zieht dir ein Streifen Klebeband ab und klebt ihn direkt aufs gesplitterte Display. Das ist notwendig, damit der Saugnapf besser hält. Ist der Kleber rundherum gelöst, kannst du nun das Display aufklappen. Klappe das Display nicht mehr als 180 Grad auf, da sonst die Kabel überdehnt werden könnten. Du kannst das Display auch gegen einen Gegenstand anlehnen. Achte aber dabei darauf, dass dir dein iPhone nicht wegrutscht. Nun werden die vier Philips-Schrauben der Metallabdeckung gelöst. Achte immer auf die Größe und die Art der Schrauben. Achte immer darauf, dass du die Schrauben nicht durcheinanderbringst. Es könnte sonst zu Beschädigungen kommen. Zum Ablegen der Schrauben empfehlen wir unsere iDoc-Magnetmatte. Unter der Metallabdeckung befindet sich der Akkukonnektor. Diesen solltest du immer als erstes trennen. Zum Trennen des Konnektors empfehlen wir einen Plastik-Spudger. Das empfiehlt sich, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Solange der Akku noch angeschlossen ist, fließt Strom im Gerät. Durch falsches Anschließen der Display-Konnektoren kann es passieren, dass es einen Kurzschluss gibt. Es könnte auch sein, dass hierbei deine Hintergrundbeleuchtung beschädigt wird. Mit einem getrennten Akku bist du also immer auf der sicheren Seite. Jetzt kannst du die Anschlüsse des Displays und das Homebutton trennen. Versuche, die Anschlüsse möglichst gleichmäßig zu entfernen. Achte darauf, die Anschlüsse nicht zu verbiegen und andere Teile vom Logicboard zu beschädigen. Entferne nun die zweite Metallabdeckung. Diese ist mit drei Schrauben gesichert. Unter der Abdeckung befindet sich der Kontakt für die Frontkamera und für die Hörmuschel. Entferne diesen mit einem Plastik-Spudger. Wenn alle Anschlüsse gelöst sind, kannst du das Display nun entfernen. Der Akku im iPhone ist mit Klebestreifen eingeklebt. Die Klebestreifen lassen sie sich am einfachsten lösen, wenn du sie möglichst flach rausziehst. Wenn die Klebestreifen reißen, musst du den Akku eventuell heraushebeln und kannst dabei andere Bauteile beschädigen. Darum empfehlen wir, die Teile außenrum, wie zum Beispiel die Taptik-Engine, zu entfernen. Das macht den Austausch des Akkus einfacher und sicherer. Löse die Schrauben und entferne das Abdeckblech der Rückkamera. Für die Stand-Off-Schraube gibt es spezielle Schraubendreher. Du kannst aber auch einen gewöhnlichen, schmalen Schlitzschraubendreher benutzen. Schiebe den Spudger vorsichtig unter den Konnektor der Kamera und hebe ihn ab. Um die Kamera herausnehmen zu können, hebele ein bisschen an den Seiten. Dann kannst du die Kamera entfernen. Trenne jetzt das Lautstärkekabel. Löse dazu die Schrauben der Abdeckung und nehme sie heraus. Leg alles in ein gemeinsames Fach auf der Magnetmatte. Trenne jetzt den Konnektor für das Lautstärkekabel vom Logicboard. Biege ihn etwas nach oben, damit er später beim Herausnehmen des Logicboards nicht im Weg ist. Entferne jetzt die Plastikabdeckung über dem Logicboard. Löse zuerst die Schrauben der Plastikabdeckung. Einer der Schrauben ist seitlich in das Backcover geschraubt. Nimm jetzt die Plastikabdeckung ab. Darunter befinden sich weitere Schrauben, die eine Art Verbindungsstück befestigen. Löse diese Schrauben. Nimm jetzt das Verbindungsstück raus. Löse zuerst die Philips-Schrauben, mit denen die WLAN-Antenne befestigt ist. Trenne dann den Konnektor von der Platine. Die Antenne ist leicht verklebt. Du kannst sie lösen, indem du einen Spatel vorsichtig unter das Kabel schiebst. Der Klebstoff lässt sich leichter lösen, wenn du ihn mit Heißluft etwas erwärmst. Nimm jetzt die Antenne raus. Um gleich das Logicboard herausnehmen zu können, musst du noch den SIM-Kartenhalter entfernen. Stecke dazu das SIM-Tool oder eine Büroklammer in das kleine Loch. Trenne jetzt die drei Konnektoren auf dem Logicboard vorsichtig mit dem Spudger. Die Konnektoren verbinden die Ladespule, den Lightning-Konnektor und die Taptik-Engine mit dem Logicboard. Löse jetzt die Philips- und Stand-Off-Schrauben am Logicboard. Diese sind wieder unterschiedlich lang. Eine der Schrauben ist überklebt. Du musst also erst den Schaumstoff hochziehen. Für die Stand-Off-Schrauben mit Gewinde in der Mitte gibt es einen Spezial-Schraubendreher mit Zentrierstift. Du kannst aber auch einen schmalen Schlitzschraubendreher benutzen. Sortiere die Schrauben so, dass du sie beim Wiedereinbau nicht verwechselst. Jetzt kannst du das Logicboard vorsichtig herausnehmen. Neben der Öffnung für die Eye-Side-Kamera ist eine Plastikhalterung für eine Schraube. Diese Plastikhalterung liegt über dem Logicboard. Pass auf, dass die drei Konnektoren nicht am Board hängen bleiben. Entferne die eine Y-Type-Schraube und die beiden Philips-Schrauben der silbernen Flexkabelabdeckung und hebe die Abdeckung ab. Trenne jetzt das Flexkabel mit dem Spudger. Gehe dabei besonders vorsichtig vor. Der Kontakt darunter befindet sich auf einem beweglichen Flexkabel. Entferne nun die unterschiedlich langen Philips-Schrauben, die den Lautsprecher fixieren. Sortiere die Schrauben so, dass du sie beim Wiedereinbau des Lautsprechers nicht verwechselst. Nun kannst du den Lautsprecher mit dem Flexkabel herausheben. Der Lautsprecher ist leicht am Rahmen verklebt. Nimm jetzt die Taptik-Engine raus, damit du an die Klebestreifen des Akkus kommst. Über dem Konnektor der Taptik-Engine ist ein kleines Flexkabel. Halte es mit einer Pinzette fest und hebe vorsichtig mit dem Spudger. Achte darauf, den Kontakt nicht zu verbiegen. Löse die beiden Schrauben der Taptik-Engine. Eine davon ist wieder eine Stand-Off-Schraube mit Ingewinde. Als nächstes kannst du den Konnektor der Taptik-Engine abhebeln. Auf der einen Seite ist die Taptik-Engine unter einem Blech. Schiebe die Taptik-Engine heraus und entferne sie dann. Für den Ausbau des Lightning-Connektors muss der Akku nicht unbedingt entfernt werden. Entferne die Schrauben der barometrischen Abdeckung und nimm sie aus dem Gerät. Die Plastikabdeckung ist mit Schaumstoff verklebt, der beim Entfernen etwas zerreißen kann. Löse alle verschiedenen langen Schrauben des Lightning-Connector-Flexkabels. Zwei der Schrauben gehen seitlich ins Gehäuse. Sortiere die Schrauben in der richtigen Anordnung, um sie später beim Einbau nicht zu vertauschen. Das Flexkabel ist großflächlich am Backcover verklebt. Mit Heißluft kannst du den Kleber lösen und so das Kabel leichter entfernen. Nimm dir ein flaches Werkzeug wie den Stahlspatel oder ein iFlex und gehe damit vorsichtig unter das Kabel. Löse nach und nach das Flexkabel und erhitze es erneut, wenn sich der Kleber nicht lösen lässt. Löse auch den Teil, der seitlich ins Gehäuse geklebt ist. Hebe die goldenen Mikrofone sehr vorsichtig vom Gehäuserand ab. Wenn alles gelöst ist, kannst du den Lightning-Connector herausnehmen. Bereite den neuen Lightning-Connector vor dem Einbau vor. Entferne dazu die kleinen schwarzen Sticker vom alten Connector und klebe sie auf den neuen. Ziehe dazu vorher die kleinen Schutzfolien von den Klebeflächen ab. Entferne dann auch alle anderen Schutzfolien vom Ersatzteil. Lege dann das Flexkabel des Lightning-Connectors ein und drücke es fest. Erwärme es eventuell, um den Kleber weich zu machen. Achte darauf, dass alles richtig sitzt und das Kabel nicht zu weit oben im Gerät liegt. Dann liegt der Kontakt nicht richtig, um ihn später am Logicboard anzuschließen. Verklebe auch die kleinen Mikrofone am Gehäuserand. Befestige dann alle Schrauben des Connectors. Setze dann die barometrische Abdeckung ein und drücke sie gegen die Unterseite des Backcovers. Verschraube die Abdeckung mit den unterschiedlich langen Schrauben. Nun können alle Teile wieder eingebaut werden. Lege zuerst die Taptic Engine wieder ins Gerät. Achte darauf, dass sie bei der einen Schraube wieder unter das Blech rutscht. Steck den Connector der Taptic Engine wieder ein und schraub die Taptic Engine fest. Vergiss nicht das Mini-Flexkabel. Leg es ein und schließ den Connector an. Der Connector verbindet sich mit einem leichten Klickgeräusch. Dann weißt du, dass er richtig angeschlossen ist. Setz den Lautsprecher wieder an den Platz und drücke ihn in Richtung Unterseite, damit er in die richtige Öffnung rutscht. Achte darauf, dass das Flexkabel richtig zwischen Akku und Lautsprecher liegt. Jetzt kannst du den Lautsprecher mit den Philips-Schrauben befestigen und den Connector verbinden. Leg noch das Abdeckblech auf das Flexkabel und schraub es fest. Leg das Logicboard wieder an seinen Platz. Achtung! Die kleine Plastikhalterung muss über dem Board liegen. Schraube das Logicboard wieder mit den verschiedenen Schrauben fest. Leg die drei Konnektoren wieder auf ihre Steckplätze. Drück sie vorsichtig mit dem Finger fest, bis sie leicht einrasten. Wenn es nicht gleich klappt, versuche die Konnektoren nicht mit Kraft festzudrücken, sondern nimm sie wieder ab und versuche sie noch einmal aufzusetzen. Schiebe jetzt noch den SIM-Halter ein. Wenn er klemmt, prüfe nochmal, ob das Logicboard richtig sitzt. Leg die WLAN-Antenne wieder ein. Drück die Antenne etwas fest, damit sie verklebt, und schließ den Connector an. Verschraube anschließend die Antenne. Lege zuerst das kleine Verbindungsstück an seine Position und schraube es dann fest. Jetzt kannst du die Plastikabdeckung einsetzen und mit den Philips-Schrauben verschrauben. Schließ den Connector vom Lautstärke-Kabel wieder an. Schraube dann noch die Abdeckung mit den Philips-Schrauben fest. Setze die Rückkamera ein und drück sie fest, damit sie richtig setzt. Schließ dann den Connector an und lege die Abdeckung auf. Fixiere dann die Abdeckung mit den beiden Schrauben. Um das iPhone wieder gegen Staub und Spritzwasser zu schützen, empfiehlt es sich, einen neuen Kleberahmen aufzukleben. Entferne zunächst alle alten Klebereste, damit der neue Kleber richtig befestigt werden kann. Beachtet aber, dass das iPhone nicht gegen Wasser zu 100% geschützt ist. Bevor du den Kleber auf den Rahmen klebst, achte auf die Ausrichtung. An den Ecken erkennst du, wo oben und unten ist. Entferne jetzt die erste Trägerfolie. Positioniere die Folie bündig auf dem Gerät und drücke sie leicht an. Drücke den Kleber nun rundherum fest. Jetzt kannst du auch die zweite Trägerfolie entfernen. Überprüfe nun den richtigen Sitz des Klebers und drücke ihn gegebenenfalls nochmal fest. Um den letzten Teil der Trägerfolie zu entfernen, hebe nun die Lasche an und ziehe sie vorsichtig ab. Bevor ihr das neue Display anschließt, achtet darauf, dass der Akku immer noch getrennt ist. Zum Anschließen des FaceTime-Kontakts solltet ihr das Display hochkant anlegen und das Kabel langsam absenken. Jetzt könnt ihr auch den Connector verbinden. Dies bedarf etwas Fingerspitzengefühl, da das Kabel leicht verdreht ist. Setze die Metallabdeckung auf und verschraube sie. Schließe nun die Kabel für Display und Homebutton an. Versuche die Kabel korrekt aufzusetzen und nicht über den Connector zu rutschen. Die Connectoren sollten mit einem leichten Klickgeräusch einrasten. Auch die Kabel sollten nicht überdehnt werden. Jetzt kannst du den Akku wieder anschließen. Nimm dir einen Gegenstand zur Hand, um das Display leicht anzulehnen. Jetzt kannst du das Abdeckblech aufsetzen. Befestige die Metallabdeckung mit den vier Philips-Schrauben. Nehme jetzt das Display und klappe es langsam zu. Achte darauf, dass das Display richtig positioniert ist, bevor du es fest andrückst. Drücke das Display nach und nach herunter, damit es bündig auf dem Rahmen sitzt. Zu guter Letzt kannst du die Pentalog-Schrauben befestigen. Die Reparatur ist jetzt abgeschlossen und ich hoffe, es hat euch richtig Spaß gemacht. Fragen, Anregungen und Hinweise könnt ihr gerne in die YouTube-Kommentarbox schreiben. Wir helfen euch da gerne weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert uns und lasst uns einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.